Wir leben in einer Zeit, in der immer mehr Menschen das Gefühl haben, nicht mehr hinterher zu kommen. Volle Terminkalender, Stress im Beruf und private Herausforderungen sorgen dafür, dass für gesunde Ernährung, Entspannung, Sport und guten Schlaf keine Zeit mehr bleibt. Und genau hier kommt Prime Estate ins Spiel. Als Biogen-Portal für ganzheitliche Gesundheit verhelfen wir Menschen mit leicht umsetzbaren Schritten und Routinen wieder zu ihrer vollen Energie. In diesem Podcast bekommst du die geballte Ladung an Informationen, Tricks und Tipps rund um die Themen Gesundheit, Wohlbefinden, Energie und gesunde Leistungsfähigkeit. Und unser Motto dabei 100% wissenschaftlich fundiert, 100% direkt anwendbar. Und was würde sich in deinem Leben verändern, wenn du plötzlich zweimal mehr Energie hättest? In den folgenden Episoden finden wir es gemeinsam heraus. Viel Spaß beim Zuhören.